Alessandra Meyer-Wölden, heiße Party-Nacht mit Becker und Amira Pocher. Alessandra Meyer-Wölden, 39, lässt es in Paris krachen. Anlässlich ihres 40. Geburtstags hat sie ihre engsten Freunde für ein wildes Party-Wochenende in die Stadt der Liebe geladen. Unter den Gästen, Ex-Comedian Oliver Pocher, 45, und Ehefrau Amira Pocher, 30. Damit beweisen sie wieder einmal, wie toll Badge-Work funktionieren kann. Getting ready for Sandy in Paris, schrieb Amira Pocher am 10. März 2023 zu einem Schnappschuss, der sie bei den Vorbereitungen zu Alessandras Party-Nacht zeigte. Die Moderatorin gönnte sich ein professionelles Styling, das sich anschließend sehen lassen konnte. In einem gerafften, knappen Sparkettiträgerkleid und hochgesteckten Haaren machte sich Oliver Pochers Frau auf den Weg zur Party-Location mit Blick auf den Arc de Triomphe, alles festgehalten in ihrer Instagram-Story. Vor Ort angekommen wurde erst einmal ein Selfie mit Alessandra geknipst, Die beiden verstehen sich mittlerweile prächtig. Es ist die Pre-Party zu Maya Wöldens Großer 4. Am 14. März ist es nämlich so weit, da wird die Autorin und Mutter von fünf Kindern 40 Jahre alt. Auch Alessandra hat sich für eine geschlossene Frisur entschieden. In ihren atemberaubenden Glitzerdrehs war sie selbstverständlich der Start des Abends, beziehungsweise der langen Party-Nacht. Auch Alessandras Ex-Oliver Pocher feierte im gehobenen Restaurant Victoria Paris mit. Das zeigten Aufnahmen in der Instagram-Story von Maya Wöldens Freundin Beate Stark. Ganzheitliche spirituelle Terror-Expertin und Purpose-Coach. Sie verriet anschließend auch, dass sie erst um 2.31 Uhr im Hotelzimmer angekommen sei. Und dabei war es erst die Pre-Party. Hört sich ganz danach an, als ob noch eine weitere große Geburtstagshause folgt, und das tat es auch. Am zweiten Tag von Sandy in Paris 40, so nennt Maya Wölden ihr Partywochenende, angelehnt an die beliebte Netflix-Serie Emily in Paris geht es beinahe noch heißer zur Sache. Denn wie Aufnahmen in einer Instagram-Story von Alessandras Freundin Sarah zeigen, bringt die Partümeute das italienische Restaurant Gigi mit etlichen Wunderkerzen zum Brennen. Auch Lilly Becker, 46, die mit Maya Wölden einen gemeinsamen Ex teilt, Boris Becker, 55, ist gekommen. Neben der Geburtstags-Quin in Rot strahlt Lilly in einem blauen Latex-Kleid. Das Verhältnis zwischen Amira Pocher und Alessandra Meyer Wölden war nicht immer derart harmonisch. Im Juli 2022 verriet Oliver Pocher gegenüber RTL, dass es zu Beginn kompliziert gewesen sei. Mit Amira hat der Komedian zwei Söhne, mit Alessandra die Zwillinge Elian und Emanuel. Beide elf, sowie Tochter Naila, 13. Es war am Anfang schon schwierig, miteinander reden hilft natürlich. Erinnert sich der Entertainer. Es habe zwei bis drei Jahre gedauert, bis die Beziehung zwischen seiner jetzigen Frau und seiner Ex eine so tolle Ebene erreicht habe. Dafür kann mittlerweile umso ausgelassener gefeiert und zusammen geurlaubt werden. Verwendete Quellen, instagram.com, rtld. Verwendete Quellen, bandiere Beziehung Beziehung 6.4 Beziehung 6.4 Beziehung 5.4 5.4 6.4 6.4 7.4 1.2 9.4 Vielen Dank.